Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so ein Küchenmesser wieder richtig scharf bekommst, wenn dieses einfach stumpf ist und nicht mehr richtig schneidet. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meiner Meinung nach ist hier für einen Schleifstein einfach die beste Methode, denn das Ganze wird auch von Profis angewendet. Ich zeige dir mein Vorgehen jetzt einfach einmal anhand meines alten Küchenmessers hier. Dieses ist schon relativ stumpf, wie du hier auch relativ gut sehen kannst. Ich kann mit Glück etwas reinschneiden. Wenn ich schneiden kann, dann reißt das Ganze eher alles, anstatt schön durchzugleiten. So ein Schleifstein hier hat meistens zwei unterschiedliche Seiten mit zwei verschiedenen Körnungen. Bei mir jetzt im Fall zum Beispiel eine 400er Körnung, was relativ grob ist für den Anfang von dem Vorschliff und eine 1000er Körnung, was einfach schon feiner ist, was zum Nachschliff oder auch zum Feinschliff gehört. Auch ist beim Kauf meistens noch so eine Silikonunterlage da. Diese hat einfach den Sinn, dass wenn der Schleifstein hier drin ist, dass das Ganze nicht so leicht hin und her wackeln kann, wenn du das Messer jetzt später dann schärfen musst. Auch noch kurzer Hinweis, solche normalen Messer hier kannst du ohne weiteres auf deinem Schleifstein schärfen. Jedoch, wenn das Ganze jetzt ein Keramikmesser oder auch ein Brotmesser mit solchen wellenförmigen Klingen vorne ist, dann geht das Ganze leider nicht und du solltest einfach mal einen Profi aufsuchen. Doch genug geredet. Jetzt erstmal den Schleifstein einfach in ein kleines Wasserbad geben. Hat den Sinn, dass sich der Schleifstein mit Wasser vollsaugt, wie du hier in den Luftblasen sehen kannst. Und das machst du jetzt so lange, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Also so circa fünf bis zehn Minuten. Der Schleifstein ist mit Wasser vollgesaugt. Jetzt das Ganze noch etwas abtropfen lassen und nun mit der groben Seite, das ist bei mir jetzt die vier unter der Körnung, das Ganze einmal nach oben hin in deine Silikonhalterung geben. Jetzt einmal noch kurz zur Technik. Wir müssen das ganze Messer hier immer in einem Winkel von etwa 20 Grad halten. Das ist einfach der Grad von dieser Schneide hier vorne und dann einmal mit unserem linken Arm am besten den Ellenbogen auf einem Tisch absetzen, denn dieses hier ist der sogenannte Scheibenwischer. Jetzt noch mit der anderen Hand hier vorne einmal an dieser Klinge festhalten, das Ganze in 20 Grad ansetzen und dann wie ein Scheibenwischer um diesen Ellenbogen hier rum immer nach vorne mit etwas Kraft und wieder langsam leicht zurückziehen. Heißt, wir gehen einfach mal vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Das Ganze machen wir jetzt so lange, bis wenn wir mit unseren Fingern einmal Richtung Schneide hier nach vorne gehen, ein leichter Grad zu spüren ist. Auch noch der Hinweis, wenn du Richtung Messerspitze kommst. Hier wieder dieselbe Technik, also dieser Scheibenwischer hier, nur, dass du am Ende mit deinem Scheibenwischer, also mit deiner Hand hier, leicht nach oben hinweg gehst. Hat einfach den Sinn, dass du hier vorne ja so eine kleine Abrundung hast und hier möchten wir natürlich denselben Winkel einhalten. Wir gehen also wieder ganz normal in die Scheibenwischer-Position, Winkel ansetzen und dann leicht nach oben weg. Natürlich nicht absetzen, leicht nach oben weg, zurück, leicht nach oben weg. Das ist am Anfang jetzt alles etwas ungewohnt und natürlich auch nicht so leicht, doch hier heißt einfach Übung macht den Meister. Bevor ich es vergesse, verwende unbedingt die ganze Fläche von einem Schleifstein hier. Sonst, wenn du am Ende nämlich nur hier in der Mitte schleifst, wirst du so eine Mulde haben und das ist natürlich auch nicht richtig. Ich habe auf dieser Seite von der Klinge jetzt überall so einen leichten Grad, was ich mit den Fingern spüren kann und jetzt muss ich das Ganze einmal noch umdrehen, da ich jetzt hier auf dieser Seite auch einen leichten Grad haben möchte. Hierfür jetzt einmal meinen rechten Arm als Scheibenwischer hernehmen, das Ganze wieder im 20 Grad Winkel ungefähr ansetzen und dann vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Das Ganze jetzt wie gesagt so lange bis hier oben auch ein leichter Grad überall entstanden ist. Bei mir ist jetzt auch auf dieser Seite hier wieder ein leichter Grad entstanden, weswegen ich hier mit dem Schleifen auf jeden Fall fertig bin. Hier brauchst du einfach etwas Geduld, das hilft leider alles nichts. Wenn hier ein kleiner Grad wieder ist, das Ganze einmal sauber machen und jetzt müssen wir unseren Schleifstein einmal umdrehen. Hierfür das Ganze von der groben Körnung, bei mir jetzt die 400, einmal auf die feine Körnung, also die 1000er Körnung geben, wieder in die Silikonhalterung und dann die Schritte von gerade eben wiederholen. Heißt, einmal von dieser Seite wieder das Ganze schleifen und dann einmal von der anderen Seite noch. Hier musst du dieses Mal jedoch nicht so lange schleifen wie beim Vorschliff, denn das Ganze geht um einiges schneller. Ich habe das Ganze jetzt wieder auf beiden Seiten hier einmal geschliffen. Hierfür übrigens noch, es reicht normalerweise für zu Hause wirklich eine 400er und eine 1000er Körnung aus. Natürlich kannst du nach oben hin immer noch eine 8000er Körnung nehmen, doch es ist einfach die Frage, rentiert sich das Ganze für dich zu Hause oder reicht das Ganze auch von der Schärfe her auf jeden Fall aus. Jetzt das Messer noch einmal sauber machen, natürlich nicht schneiden, jetzt muss man etwas aufpassen, da das Ganze um einiges schärfe ist als zuvor und wir schauen uns das Ganze mal wieder an unserem Papiertest an. Ich denke, du kannst sehen, das Ganze funktioniert jetzt wieder wirklich super und ich bin mehr als zufrieden mit diesem Ergebnis. Danach solltest du einmal den Schleifstein noch gründlich mit Wasser abspülen und das Ganze dann einfach an der Luft trocknen lassen, dass dieser auch wieder von Wasser befreit wird. Wenn der Messer hier jetzt übrigens auch schon sehr alt ist und vielleicht sogar schon rostet oder die Klinge vorne schon leicht abgebrochen ist, dann würde ich einfach noch neue Küchenmesser zulegen, denn hier macht das Schleifen meiner Meinung nach keinen Sinn mehr. So ein Schleifstein hier mit verschiedenen Körnungen oder auch ein neues Küchenmesser würde ich dir empfehlen, das Ganze über Amazon zu kaufen. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellung zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei ist, du musst nicht extra in ein Fachgeschäft fahren, sondern das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert. Wenn du dir also neue Küchenmesser oder auch so einen Schleifstein hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.